Hallo, ich mache jetzt ein Longboard Video, wo ich einfach mal ein bisschen wegshausen fahre. Viel Spaß! Ich habe heute noch keine guten Straßen, wo ich gescheit fahren kann. Ich nehme einfach das, was ich habe und das ist ein Sektor 9 Board. Oh, es war ein bisschen dunkel. Seht's. Das ist mein Sektor 9 Board. Oh, f*** ich doch mal die und ich bin direkt dran. Das ist mein Sektor 9 Board. Das ist mein Sektor 9 Board. Das ist mein Sektor 9 Board. Sollte Geil Auto. Was war's jetzt noch? Auf Wiedersehen!